Fällsafe, wir sind bei deinen Koordinaten. Kate steckt in einem WEX-Portal fest. Kannst du uns helfen, die Energiequelle zu finden, damit wir ihn dort rausbekommen? Oh ja, wenn wir den WEX-Teleporter finden, den die Kate-Einheit genutzt hat, kannst du den Kreislauf ausschalten und ihn befreien. Ich kann dich hinführen. Okay, wir finden also diesen WEX-Teleporter und schalten ihn aus. Simpel. Okay. 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 Was ist das Zeug? Es heißt Radiolaria. Du weißt schon, WEX-Geistesfluid. Hm, dieses Zeug ist organisch. Scheint, die WEX sind keine reinen Roboter. Okay. 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 Erstens, hör auf uns zu belauschen. Zweitens, wie lautet die Antwort? Er hat gesagt, ich darf es nicht verraten. Wärme, Wechs Bedrohung entdeckt. Sie versperren dir den Weg zum Teleporter der Kate Einheit. Du musst sie wohl ausschalten. Okay. 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 Ich dachte, durch deine Zerstörung der Wechs würde ich meinen Käpt'n und meine Crew weniger vermissen. Und? Hat nicht geklappt. Das ist der Wechs-Teleporter? Ja, Kate 6 wird ihn sicher haben wollen. Du solltest ihn an dich nehmen. Nimm das, du Blechkopf! Ich bin raus, Baby! Raus! Wuhu! Kate, wo bist du? Hey, du hast es geschafft! Du hast mich da rausgeholt! Ha, ha, ha! Und, äh, wo bin ich hier? Kate Einheit, du bist in der Nähe der Reste des Reaktorkerns. Willkommen auf der Exodus Black. Wo all deine Träume wahr werden. Werft lang dann? Wuh? Wuh! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Aber mein Rumpf ist komplett zerbrochen. Die Decks 1 bis 20 sind vergraben. Und mein Kühlungssystem... ...ein einziges Schlamassel. Oh, das wissen wir, Failsafe. Das wissen wir. Einbringlings-Alarm. Ich bin's. Ich, die Kate-Einheit. Negativ. Ich meine, positiv. Aber du ziehst eine große Menge an Gefallenen an diese Position an. Holla, Galfi. Failsafe. Die schießen auf mich. Dann rate ich dir, nicht erschossen zu werden. Ist es so viel verlangt, dass ich die Wechs und die Gefallenen gegenseitig fertig mache? Aber dann verpasst du ja den ganzen Spaß. Das ist ein echt großer Wechs. Das ist ein echtes Schlamassel. 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 Das ist eineg domestices Schlamassel. Das war's für heute. 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 Nicht, dass ich... Sollte... Ja, yeah. Das war's für heute. Ich... Das war's für heute, Ich...